Und die Politik muss wieder stärker den Kontakt zum Volk suchen, 98%. Jetzt kann man bei jedem dieser Punkte natürlich einwenden, da hätte es auch schon ein oder zwei oder drei Jahren eine Mehrheit gegeben. Politikverdrossenheit ist kein neues Wort. Aber Werte von 80, 85, 98%, die sprechen eine deutliche Sprache. Das scheint schon ein neues Ausmaß des Unmutes zu sein. Und offensichtlich war da Stuttgart so etwas wie der Funke, der gezündet hat. Angela Merkel hatte einen Herbst der Entscheidungen angekündigt. Sie wollte endlich Klarheit schaffen, wofür ihre Regierung steht. Und eine dieser Entscheidungen war, dass sie sich selbst klar für Stuttgart 21 ausgesprochen hat. Mit welchen Folgen? Angela Merkel ist in dieses Jahr gegangen als die populärste Politikerin in Deutschland. Wir fragen ja monatlich ab, mit wem die Menschen besonders zufrieden sind. Jetzt in diesem Monat ist sie abgerutscht auf den achten Platz. Und noch etwas ist neu. Zum ersten Mal seit Gerhard Schröder gibt es einen Sozialdemokraten, der im direkten Kanzlerwahlvergleich mit Merkel die Nase vorn hat. Wenn man die Kanzlerin oder den Kanzler direkt wählen könnte, dann würden sich 35% für Angela Merkel entscheiden. Aber 44% für Pierre Steinbrück, der ja neuerdings auch als Kanzlerkandidat gehandelt wird. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel übrigens schneidet in diesem Zweikampf weiterhin als Zweiter ab. Dann bleibt die Frage abschließend, welche Partei profitiert denn von dieser Stimmung? Vermutlich die Grünen, oder? Ja, denn nicht nur Stuttgart 21 ist ja im Moment ein Thema, das den Grünen in die Karten spielt. Die Sonntagsfrage aus dieser Woche erhoben von Infratest-Team ab. Die Union unverändert 32%. Die SPD seit einem Monat drei Punkte verloren, nur noch 27%. Die FDP unverändert bei fünf. Die Linke legt ganz leicht zu auf elf. Und die Grünen gewinnen drei Punkte hinzu, jetzt 20%. Das ist eine Marke, die die Grünen in zwölf Jahren ARD Deutschland-Trend noch nicht erreicht haben. Allzeit hoch also. Und die spannende Frage heißt nun natürlich, wie stabil ist dieses Hoch? Aber das hier, die Sonntagsfrage, ist wie immer nur eine Momentaufnahme. Und deshalb lässt sich leider überhaupt nicht vorhersagen, ob die Grünen dieses Hoch auch mit in das Superwahljahr 2011 mit immerhin sechs Landtagswahlen nehmen können. Und das hier, die Sonntagsfrage, ist wie immer nur eine Momentaufnahme. Und das hier, die Sonntagsfrage, ist wie immer nur eine Momentaufnahme.